Servus Leute hier ist der Spiel von der Pommesbude und ich bin nicht allein. Moin, hier ist auch noch der Jules von der Pommesbude. Der Lok ist auch noch am Start. Yo, der Chris hier ist auch am Start. Und wir machen jetzt hier ein Overwatch zu vöd. Alle zusammen. Wir müssen noch mal mehrere Meinungen zusammenbringen. Wir gucken gerade Overwatch auf dem Fernseher. Genau, haben uns auf dem Bett gechillt von Chris. Und dann müssen wir uns nicht mal gönnen. Obwohl... Okay, wartet, startet jetzt. Man kann schon direkt zu Beginn sagen, der hat an. 13, 9, was ist denn da los? Ich würde den Zaun vielleicht noch ein bisschen leinsamer machen. Aber der hat einen Live. Das weiß nicht, ob der schon anhört, aber am Anfang. Das dauert nichts, der war ganz normal abgehängt. Da war nichts durch die Ränge. Ist jetzt noch alles normal. Und relativ spät reported, ne? Ja, 13, 9, Alter. Ja gut, der kann ja trotzdem noch anmachen. Raycheck. Raycheck. Der ist CT. Klar, Raycheck. Weil er verliert. Wenn wir sie jetzt noch holen. Aber der spielt relativ gut, Alter. Ja, sind noch... Sind noch... Wir wissen, ob der gut spielt, Alter. Ja, irgendwie so. Weil die Flashes wird. Ganz okay, was? Hallo. Du bist schon dumm. Bist du eigentlich behindert? Ja, maximal Silber 1, der Team. Naja, das liegt normal. Das ist clean, aber... Ja, verdammt. Der hat vielleicht mal einen Fall ein... Warlack hat er schon mal nichts. Ach, bis jetzt noch mit? Nee, auf gar keinen Fall hat der Warlack. Ja, warum wurde der? Ja, und der ging mal in die Mitte. Okay, ja, holten wir in die Mitte. Ja, dann hol doch einfach. Boah, schlägt mal hier. Ja, also ein Warlack hat er schon mal definitiv nicht. Ich weiß doch nicht, warum der zu reported wurde in der Runde. Ach der ist... Hä? Ja, vielleicht haben die jetzt noch gewonnen. Die haben voll verkackt und dann haben die einfach... Ja, natürlich. Aber der wurde ja jetzt in der ersten Runde schon instant geholt. Von hinten, ne? Ja. Die haben ja die Runde grad verloren. Ja, bricht ich mal. Oder haben die gewonnen? Ja, die haben die gewonnen. Ja, die haben die gewonnen. Aber der wurde ja trotzdem tot. Ach so. Ach stimmt, da wird die Runde... Boah, der hat auf keinen Fall einen Warlhick. Jetzt aimt der nochmal ab. Der aimt doch gut. Ja, wo soll er sonst auch hinnehmen? Also durch die Wand hat er bis jetzt noch nicht einmal auf den Körper geaimt. Jetzt. Aber was denn jetzt, Alter? Das war Zufall. Der ist grad weggegangen, dass die so durch sind. Ja, ich hab ja gesagt. Der hat auf keinen Fall. Der Warlack ist auf jeden Fall. Guck, er sieht es einfach durch die Wand. Ema, der geht ja auch direkt auf den Kopf. Wahrscheinlich. Da hat jeder Schuss getroffen, ne? Ja, das ist gar nicht schade. Ah, da ist der Booster natürlich, der ist verboten, ganz klar. Da kommt schon ein Olaf-Booster. Oh, wenn er jetzt... Oh, der ist aber drauf. Der ist voll auf dem Body. BAM! Da war der Trigger nicht ganz aktiv. Also ich würd sagen, der da wurde einfach nur aus Frust reported. Ich glaub auch, weil der... Ja, da hat der Ding noch verloren. Ja, sag ich auch. Irgendwie so weit. Und wenn sie jetzt noch gewinnen, dann verstehe ich das recht gar nicht. Guck mal, der ist ja überhaupt kein Gegner mehr. Äh, es ist angesagt. Ja, komm. Oh, Headshot schräger, Alter. Guckt im Kopf raus. Ja, der Bart hat auch schon wieder. Ja, der wohnt einfach nur aus Frust und so. Ah, das ist ganz normales Game. Geiles Knife. Ja, wie heißt das nochmal? Good Knife Slaughter. Good Knife, stimmt. Ich hör dich auch mal. Ich hör dich auch mal. Ich hör dich auch mal. Eigentlich schade, ey. Ich hatte bis jetzt noch mal... Ich halte sechs Pro-Spieler nach... Von der Silber-Elo. Ja. Jo, Pro-Spieler von der Silber-Elo. Hast du bei der Dreamhack Silber mitgemacht, ey. Hauptsache... Also ich glaub da... Vollkommen negativ. Einfach nur gut. Einfach nur gut. Da, guckt. Aimed rechts. Martin, Martin da eben gesehen, dass er links durch ist. Einfach nur guter Spieler. Ja, denk so. Oh, war echt guter Spieler. Boah, ist zweimal gefallen. Ganz normal halt, ne? Boah. Jo, passt. Ja, deswegen wahrscheinlich. Der fragt mir auch an. Na, kann sein, dass er deswegen mit Porto wurde. Ganz klarer Fall. Das war einfach nur... hier... Frustwunden. Gut, dass wir keine Leute immer haben, die diese Leute direkt für Porten. Ne. Sowas machen wir nicht. Ich support einfach jeden. Immer. Jede Runde. Das ist aber keine gute Einstellung. Jerome. Das ist keine gute Einstellung. Wer wer? Ich bin nicht Jerome. Ich bin's B, du Pisser. Christopher! Jetzt ist hier der Name gefallen. Ja gut, jetzt kann ich mich auch mal kenntlich geben. Ich bin der Christopher. Chris war nur ein Deckname. Guck mal, der wurde direkt geholt, ey. Irgendwie war ein Rage Report. Boah. Ich weiß nicht, das ist auch ein Rage Report, ey. Das müssen wir doch irgendwann erzählen, weil da ist ja langweilig. Der hackt ja sowieso nicht. Ja gut, sie ist gut. Christopher, hau mal deine Stoutes raus vom Gym, wo du mal die... wo dein Schließmuskel mal gerissen ist. Und wieder dein Kabel durchgeschnitten hast. Hahaha. Mit dem Kabel, ja. Mit dem Kabel, ja. Da waren wir am Zocken. Wollte ich Wasser Eis essen und dann bin ich gestorben und da war ich voll in Rage. Da hab ich mir ein neues Wasser Eis aufgeschnitten und auf einmal hatte ich keinen Sound mehr. Dann hab ich mal ganz gepflegt mein Headset Kabel durchgeschnitten. Ach du willst doch noch! Das ist so, dann muss man erst mal sein, wenn man es schafft beim Wasser Eis aufmachen, ein Kabel durchzuschneiden. Was spürst du doch? Oh, ja. Ein Headdy über die Smoke. Das war kein Headshot. Letztmal hat er auch in der Mitte da... Oh, da geht voll klar. Wir rubbeln das noch. Also ich würde beten, die gewinnen das da noch. Ja, klar gewinnen das. Sonst hätte er doch keine Reports bekommen. Ja, nur unentschieden kann das auch werden. Das sieht man eigentlich den Chatverlauf nägeln. Das sieht man nicht, oder? Ne, leider nicht. Schade. Das wär saugeil, wenn man sowas wählen würde. Ja, da müssen die vielleicht noch einmal. Ein Voice-Chat und sowas. Ja, Voice-Chat. Wann man das wegen Flaming oder... Ja, warte mal. Heißt der rechts da Spiel oder Seal? Rechts oben der erste Spiel. Das sind eh alles Fake-Namen. Sag mal, das sind vier Buchstaben sogar. Ah, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Nein, hier vom Kopf her. Außerdem sehen er immer die gleichen Namen, ne? Also... Ja, da sind immer diese Bot-Namen. Ja, ich freu mich auch immer, warum die immer den Suspect da reporten. Ja, wer ist dieser Suspect? Und warum ist der bei jeder Overwatch-Session? Und warum hat er so viele geile Skins? Ja. Ja. Und so viele... Vor allem, hier ist mal ein anderes Kind, gell? Da müssen wir eine Freundschaftsanfrage schicken. Ja. Ich würd mal gern Suspect eingeben. Wie viele Leute Suspect da ist. Oh, da gibt es einige. Ja. Wenn wir schon einen in den Kollegen haben, dann bestimmt viele. Oh, komm schon. Hedgehard, Hedgehard, Hedgehard. Boom! Ja, war Hedgehard. Das ist aber vollkommen legitim. Leute, ich hab Bock auf den Pommes. Oh, die sind schon auf dem Spot, oder? Ey, Luka, wir haben mal Pyrrhyrus rot-weiß. Komm mit nennen. Rot-weiß, 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 rot-weiß. Oh, jetzt? Oh, wird unentschieden wahrscheinlich. Oh, ne, die haben keine Waffen. Ob das ist ein GG-Wood oder ein Unentschieden? Oh, der hat noch eine fette Nova am Start, ey. Eine Farmers. Die haben fast nicht gekauft, die Jungs da. Ne, das ist keine Nova, das haben wir noch. Da gibt er durch die Small, der Teamkamera. Warum haben sie den nicht reportet? Der hat doch an, der Typ. Leute! Ne, hör mich auf. Ja, vielleicht gibt es auch Overtime, man weiß es nicht. Da ist nur ein Leute. Da ist ein bester vorne. Geil, das ist echt lächerlich. Vielleicht ist da der den Französ. Boah, da war stark. Der wird doch nur Headshot. Ich kann die Farmers überhaupt nicht sehen. Die Farmers sind doch mega geile Waffe. Nee, krach Französ. Die kannst du rein überhaupt nicht ab. Die geht nicht ab. Du kannst sprayen mit dem Ding ohne Ende. Ist geil. Ich find die mittlerweile sogar besser als die M4 Scheuge bin. Was? Über die kommt einfach nichts drüber, die ist so präzise. Ich glaube, der Julk hat heute so viel zu verhinschen geschnuppert. Die holen auch die Eco wahrscheinlich, oder? 2 gegen 2. Ja. Gib dem Jungen noch mal eine Currywurst. Und der eine hat eine Pumpe, ganz klar. Die gewinnt das noch. Ja, man muss ja sagen. Wenn du eine Currywurst vom Matchmaking gehst, hast du... Oh, stark. Im Sprung. Oh, stark. Ganz legitim. Ganz klar. Kein Cheater. Kein Cheater. Es war kein Wind. Es war unentschieden. Ganz klar. Also unser Urteil. Was haben wir da? Vollkommen clean. Vollkommen clean. Hat auch kein Spiel behindert. Also... Alles klar. Du hast ihn grad gedrückt, du Mongo. Was? Du hast ihn grad gedrückt? Nee, der hat ihn grad nicht gedrückt. Das war ja Fehlinformation. Alles klar. Vielen Merci, ne? Für den Zuschauen und so. Wenn ihr noch eine Pommes wollt, ansonsten... Hättest du noch gerne Rotwein? Dann noch mal rein. Bröt den Rotweiß. Bröt den Rotweiß. Ja, tschüss.